auch nein auch nein was denn wenn ich eine rolltrippe ne aber entscheide dich welche fucking gröder du nimmst wir nehmen alle andere wollen wir mal gucken wie so von außen nicht im grün also gelb sah mir so aus als könnte das grün 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 ist glaube ich richtig ich auch noch nicht das ist egal wo man reingeht die bälle wenn du die schwelle fliegen die nach vorne wenn du siehst es über dir da sind alle farben das okay wo wohnt hier war mein haus ist das grüne haus was es nicht geil sieht das denn aus wenn du hier rein ja gerade aber groß genug ja so gut ist dann herr war auch mal hier dafür easy ich hier gibt es essen und seht ihr das ist auch der teppich verzerrt kommst du wieder back okay du kommst wieder weg das gesperrt kann man spielen das funktioniert oh mein gott der spieler alter er ist kam war schwarz gewonnen das ist voll schwer wo mussten du da eigentlich die löcher weißt du da wo sind da löcher ach so die große löcher meinst du ja da ist also eine hand weißt du ich habe es die key to put in hier doch du musst die keys sein musik ist in die gambo maschine packen okay wer geht wo rein ich glaube das macht am meisten sinn oder das kleinst als erstes oder das ist kleinst als erstes machen wir dürfen doch irgendwo anders also wir müssen ja alles zu sein naja ok ok gambling ich wollte ich auch haben wir hoffentlich dürfen irgendwo gambeln sind die partie groß war dies hier ist wieder party wie ich ja wahrscheinlich noch wenn man verweist nicken muss jetzt television mein gott habe ich den rumschieben ich muss gucken ob ich den fernseh schieben kann man kann f drauf drücken aber es passiert nichts find the tape and follow the instructions alles klar jungs müssen tape finden jetzt in 3a hier geht es weiter die ballons passen ok und steve freiner ballons poppen also noch mehr richtig auch die müssen den ballern kaputt machen der angezeigt wird die grün wie den grünen also grün grün gelb gelb grün gelb simon says der macht irgendwie von euch ich sehe den grün ich mache gelb schade ich habe auch einen gelben gepoppt grün ja grün hat er gefällt ja ich mache gelb mach doch einfach einer alles grün gelb okay dann mach jetzt alex blau jautisten ok da war ich gelb wo ist grün am eingang hier grün gelb jetzt wahrscheinlich grün gelb blau pink oder rote was auch immer das ist grün gelb blau rot und hier sind auch der lieder ne ok grün gelb blau wo ist der letzte rote das sind die wechsel vom letzten mal für den grünen geschlüssen rinkees zurück in diesem verliert man hier ist der netzige war doch ganz böses sagt das nicht gebraucht die gambling maschine der gehälter ist so am rumpacken in euch crazy auch könnte es gern will noch gut das ist drin was uns hier haben die grüne muss das jetzt ja was kam da raus oder kinky hat er nicht da unten was und können wir doch gar keine deppen da hier guckt each area key du put in hier ja kommen wir dann machen wir ziehen also das nächste größte ist hier blau wenn überhaupt gleich kommen die gäste so am packen ist es unfassbar als so was meint ihr wo sind die ersten gegner direkt links direkt links direkt links ja ach so jungs hier ist ein party chef der guckt mich an der partychef jungs sind fireworks bombe 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 kann ich bombe auf die wir haben wie funktionieren die ich hab mich in den luft gesprägt auf dass sie sich machen das ist ein wenig nach dem nach dem nach dem nach dem nach dem hier hier das ding war auch in der mitte vom tisch lasst ihr behalten und versuchen habe gegner zu killen geht das wirklich safe geht es nicht als klar ich bin der grenadier also ich habe ein video von ihm gesehen dass irgendwie die fireworks sind kuchen tun kann ich weiß auch nicht wie okay erwartet ein fancy video ist also ich habe gerade abgeworfen das ist explodiert aber die viecher sind gibt es doch ja die schon auch immer drei stücke mit drin gewahrte warte also der weckungslos ist etwas dass die partie scheffel sind wenn du die weg sprengst du die böse august zu deswegen sind die böse geworden und wir haben dann folgt okay ich habe das auge abgeworfen ja deswegen wollen die böse ach man es ist auch immer noch so haben alter sind die woche gespawnt die sind da rechts rausgelaufen da sind sie rausgelaufen ab der weggesprengt die kommen wieder ist abgeschlossen wieso kann ich nicht töten damit jung ist das arsch alter verstecken vor dem und am tisch sind wieder böse oder im eck was ist mit denen ich stehe das ist nicht wer ist da bei mir ich achte es ist alex ich dachte an alex ist tot und da ist bei mir ich habe die kette an welt aufgemacht ich habe das nächste viel umgebracht ich bin jetzt einfach hier weg wir können hier nicht weg wir sind hier dorsdag warum solche dorsdag weil die scheiße die ganze zu uns laufen nein doch ich glaube noch wieder zurück oder können wir sind noch zurück jetzt sind die ganze zeit wieder was macht ihr nichts jetzt kommt der nächste hätte doch ich habe mich doch keine glauben er ist doch okay das ist auch nicht ich würde gewissen was groß darauf ist oder was da passiert bei dir jetzt könnte das aus dem was sobald ich loslaufen sind wieder getriggert ja musst du dich verstecken und ich brauche aber ich komme jetzt nicht raus digga ja es ist halt nicht machbar wir kommen wir nicht raus wir sind jetzt aus da müssen alle drei gleichzeitig rein oder irgendwo sind zu verstecken ich habe keine ahnung nein alex ist keine gute idee ach komm digga ihr könnt auch eh nicht weg mann was willst du denn machen also bennego war da weg ich weiß nicht was triggert die seine pure existenz ich werde periodical periodical getriggert glaube ich du musst geradeaus ach da liegt Daniel also rechts war ich schon oh mein gott alter oder muss er längs oder mitte oder keine ahnung ja das ist ein schlechtes level da war aber eine torte drin ich habe den raum rechts geklärt also hier im großen raum ist eine torte die habe ich im raum rechts ist eine torte die habe ich ja okay du musst da rein wo du gerade drin warst da war eine torte im Bällebad ja okay oben meine Decke aha dann lockt sich immer nächster raum wenn du mit killst das trickert immer nur da wo die äh zählt das? ja komm so he ist es zu? ich glaube schon ist es zu ja ist es zu sieht es ja nochmal aus so wie es ist auch immer ok okay da oben ich komme jetzt wieder von der Seite es triggern immer die nächsten das heißt ich muss gleich wieder größte Psychopath da hoch rennen höher rechts gerade auch einer also an der Tür rechts vorbeigelaufen ist war ein laufmer echt? ja ich glaube schon der Gäste ist anstrengend ich meine wir wissen jetzt wie es funktioniert ne ich kann mich ja in der Theorie jetzt umbringen oder ich kann noch versuchen das jetzt zu machen ist das also von der tür rechts da diese vor dahinten gekommen die idioten weil ich da hinten am nächsten war ich will jetzt der ding da oben abhauen anhauen von hier soll ich das ding treffen gut gut okay wo war das da wo die monster rausgelaufen sind meinst du da wo du reinkommen bist rechts da wo du hochläufst um hier reinzukommen da bist du gestern vorbeigelaufen am auge siehst du links ach lol ja da bin ich ein bisschen blind hardcore ich hab's ja dreimal dran direkt vorbeigelaufen okay wir wissen jetzt wie es geht die werden periodically getriggert einfach man ist ja alle da hinten gab es doch noch eine tür oder die treffung rechts ja genau ja nur wenn die musik als wenn die musik nicht läuft ich sehe nichts ich habe keine schlüssel auf dem tisch der rote wo ach da ich sehe dich vor lauter das sind nicht mehr spornen weil ich den schlüssel ab das trampolin das trampolin alter crazy okay dann war das doch dann war das doch einfach so jungs das nächste ist jetzt das rechts hier glaube ich nicht das rechts ist bei 39 oder so an der war dann müssen erst mal den key machen ja ich kann es noch maschine spielen boom haben wir irgendwas falsch gemacht haben wir den grünen nicht mehr und sie müssen wir den nächsten raum öffnen mit dem schlüssel ja ich dachte muss ja doch nachdenken ist ja egal welcher reinfüllung machen dann ist das ist ja bei mir das ist weil die bowlingbahn hier luftballons geschenke augenwolke match the correct color in symbol upstairs suchte closex bringen ist der an post ist der ein poste bildes ziel vor ort waren luftballons sind grün geschenke sind rot augen sind gelb mit gold spielen regenbogen sind blau auf dem zu wird jetzt einfach nur ein bilder tisch eine taschenlampe luftballons sind grün jetzt haben wir einen taschenlampe aus closex ja ich meine poste bildes ja ja das sehe ich ja auch hier ist bohling tot das ist doch nicht da und so viel kannst du schon wieder eine rocket things ich habe immer noch den closex okay dann können wir doch oben rein kann sich auf dem boden legen um den bereich bis berechnen das ist für kurse sind hier sind noch diesen gelber closex ich habe jetzt blau und grün habe ich okay ich habe rot und gelb ich mit auch blauen grün gewachsen mit dem blau wasser grün ballon der rum und in blau und gelb auge blau regenbogen wundert euch nicht über die drei ballon also weiter geschrieben hier ist ein roter punkt im raum was ist das jungen wo sie steht sie sterben fun steht hier ich habe zwar einen grünen glow stick gedockt ist der regenbogen was habe ich gesagt blau regenbogen hat blauen glow stick habe ich bei ballon habe ich grün gedockt sagt in welcher form ausgesehen im regenbogen das er war der wand gepäntet ist es wieder mit grün ja 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 ich dachte doch sich vorne laufen ist ein party chiller aber ich sehe wie die meint ich ist das auge an der wand ja aber es ist an der wand nicht in dem raum näher an der wand geschrieben halt gepäntet ja genau das ist gelb geauge habe ich im chat hatte ich habe gelb mich hier ist gelb und anderen typen hier ist ein geschenk brot geschenk habe ich rot ich habe rot weil ihr habt alles geklaut sind nur grün und blau und die fresse das war überall waren vier stück junge nix geklaut ja warum bist du das oder ist das alex ich bin das hier hier daran das auge naja dann passt es jetzt oder haben wir jetzt alle vier was muss er denn sonst machen ballon fehlt noch ich glaube das ist rechts von ihm oder links oder irgendwo weiß ich nicht egal ich mich freuen auch hier sieht sie doch vor ihm ist offen ja gut ich muss genau vor allem so lange durch das kann laufen ich bin gerannt also hast du hast du schon sehr gut ja ich habe es einem zwei gemacht was ich habe meine closex dupliziert ich kann es aber nicht abpicken irgendwie wie viel hier liegen jetzt irgendwie 50 closex wenn ja wer da hinten steht das ist was ich aus dem einen closex gemacht was auf achtung sagt muss ein andere die bei mir liegen jetzt hier zwei closex ich weiß es nicht es werden immer mehr es werden immer hä siehst du das scheiß wacke user wieso werden es sind mehr klopstix ist ja am besten nicht so wie bei diesem auf dem fahrstuhl wurde das fliegenzeug da nicht links klicken sagt links klick gedrückt so das ist bestimmt das schwerste bei mir jetzt das leichteste ja safe safe ok jetzt wieder ein schild aus dem party go ahead in der balloon so they would fight wouldn't find it oh mein gott ja von den typen eigentlich für den typen die fliegen bei longs rum so so die sind durchgesehen ganz am anfang fett hier in der luft wir packen das benutzen aber alle ballons ja ich habe auf dem ich pop mal die im spawn nicht dass er uns tollt und es einfach im spawn 2 scheiß drückt deiner verfolgt glaube ich kann irgendwen von euch mich nicht nicht ich werde verfolgt ich werde verfolgt was sind zwei es sind drei ich bin tot ich bin nicht auf den tisch gekommen drei stunden davor nicht mehr genau auf der langen seite wir sehen die dich wenn du es liegt das was passiert da nicht die kuschel es geht hier überhaupt bei alex und alle drei achte ich dachte alex ist auch schon tot die frage ist wo bist du alex da war so ein riesenraum das ist gut das ist nicht gut ok lex im riesenraum sind es ist safe man ich möchte da hin in die mitte ich bin tot 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 ich lebe noch wo ist ja schlüssel safe haben wir den schon gepoppt und er liegt hier irgendwo rum er fasst dich jetzt zu arschgeige ich habe ihn ich habe gehört habe ihn da ist es nicht du musst du ich habe schlüssel rascheln gehört aber ich sehe nicht ich glaube auch weil wir jetzt alle bei uns gepoppt lex ich komme nicht weg so schnell genug laufen ich bin back alex ich chill hier digga lex du musst du den gelben ach so ach digga du musst du die farblich passende schlüssel du bob ich dachte wir haben den gelben schon gemacht wir hatten grün blau rot und jetzt gelb das ist ein gelbe ist noch da dran siehst du doch 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 den augen auf das war ein langes level crazy okay so ein ganzes zettel they know the way out of the follow them längst du musst den brace folgen ok kommt mit wir müssen folgen nach dem party poppers da liegt ne leiche da meint ihr der lebt guck mal da ist jemand der winkt salam aleikum ich weiß ja der tötet mich auch gott den musst du folgen ja mach ich ja die haben den fun ruhr verloren gegen die party go oh sneaken sneaken go chill doch mal können wir können wir wollen ist das sprint jump der nicht wieso sprint jump der nicht digga hat voll die geilen sneaker hä die sehen aus wie meine schuhe oh der hat voll die frischen schuhe die sehen aus wie meine die hat er geklaut irgendwer von euch hat geschickt der vorgelaufen ist wer war das ich weil er angefangen hat zu hä er hat doch auch er ist doch auch aufgestanden wieso durfte er loslaufen und ich nicht man er ist losgelaufen da bin ich auch losgelaufen wo ist das blatt go vorn ich bin in 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 ich hatte ja muss auf aber das ist einfach eine uhr wie gut gminn jetzt dick auch nennen was ist das das leben wo man sich runterlassen kann was sind das kameras kann ich einfach dahin jump das bild von uns in der kameras so ein bild von uns sind wir wie cool wir beim ersten mal backrooms nicht mal erwähnt es ist die wechsel fotografieren mit der kamera hat was habt ihr für ein bild zwei hütchen okay dann wird es alle so bitte jetzt machen und das fotografieren okay du gehst schon mal da lang wir gehen weiter willst du das nächste oder soll ich muss ich wissen dass ich hier richtig bin ich habe es gewonnen ich kann mich lockern verschicken wir können auch flash und das weiter mit der kamera hier auf der püriere klick und hier so ein bild machen von den viertypen jetzt sieht aus der kamera das nächste bild man schuldig schafft menschen und die arten wir wussten der viertyp irgendwo blauen ja so was oben auch glaubt das bei mir glaube ich alles mal vor allem vor allem vor allem vor allem vor vor allem vor Foto 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 jetzt haben wir die Moral-Statuen er hat mich! ich hab grad wie so Soundbugs, what the fuck also hier sind Smiler, die könnt ihr aber flashen oder? 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 Daniel, schnell 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 von wo kommt der? oh shit Alex der Smiler war noch in dir, what the fuck geh hoch, schnell, oder runter, oder irgendwo hä? Alex schwebt bei mir oh Alex, der freunde Mann was ist Blood doing? Alex, was auch hat sie entschieden? auf was stehst du? oh nein, dann sitzt der Smiler unten hä? hä? was ist passiert? das fällt nicht ich glaub nicht bestimmt und was auch hier ich hab's gehört ich hab's gehört oh 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 wenn es kommt nicht zu Hause wo also ich muss uns in Stattung gehen und Bilder von machen ja, egal die Fresse schlägt sich nur so an wenn du fieber schlecht bist, muss ich auch nicht schlecht sein da sind sie doch ich mach ein Bild mit deiner Kamera auch halt die Fresse was ist nicht so oh den Wichser fotografieren den Wichser? ja jetzt geht ein Wichser ja er war doch einfach auf der Plattform auf die Lose ich frage es, wo ist der halt, ne? ähm auf deiner Ebene auf deiner Ebene ja he 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 seid witzig ja gerne hilfreich hey hey na ha, Foto? hey hey mach Foto von ihm Bro, ich, der muss wenn er so gepimmelt ist wenn er echt ist ja dann Baiti aber nicht zu haut Baitping nein hast du Foto gemacht? reicht das? ja, gelb ist abgestürzt, halb gelb ist abgestürzt? na ja, halb, aber hä, was ist jetzt von der weißen Fläche? ich muss von der weißen Fläche ein Bild machen und ich weiß nicht weiß ich nicht das ist eine weiße Fläche muss ich in den Himmel muss ich nach oben muss nach oben bestimmt fährst du langsam hoch dass du nochmal an der Ebene angucken kannst das war ganz hoch also wie ist es? ah, hier ist offen vielleicht ist es einfach so auf wie sich fertig ist es nichts ja, da oben ist die Tür wie weiß die Fläche denn? ja, hier ist die Tür vielleicht heißt es ja gar nichts ja, hier ist die Tür ja, hier ist die Tür wie weiß ne, offen da ist ja du bist da raus da ried da muss ich voll cool aus ich bin jetzt nicht so ein Jumpscare von hinten guck das war das nicht das rechts ich hab mal gesehen ich hab mal gesehen ich hab ja gearbeitet irgendwas länger okay ich glaub ich muss einfach rein jumpen wenn du sich bist Jawa da war du das hat deine weiße Fläche ach ist deine weiße Fläche Beat the Game in Multiplayer with normal difficulty Okay, wait, the cutscene! Mir kommt zurück die normale Welt! Oh mein Gott! Ich bin weg von GTA Amerika Oh, du erfahren, schade Wir haben alles durchgemacht, nur um überfahren zu werden Das war die Kamera, die überfahren wurde. Sort of. Nee, Digga, das ist laut. Ja, ich hab schon rausgeklappt. Digga, Lautstärke. Hä, das hatten wir schon beim letzten Mal. Ja, das hast du jedes Mal wiederbekommen. Wir haben das Game durchgespielt, ja. Digga, Discord. Digga, Song. Alter, das ist laut. Ich hab meinen Döffel auf meine Tastatur gehauen. Ich hab's gehört.